Mein Name ist René Huber, ich bin Geschäftsleiter der FM Team Teller Gebäudeservice AG in Tauwil. Ich möchte Sie zu einem Umgang durch die Firma FM Team sein. Mit diesem Fahrzeug machen wir Transport der Schuersaugmaschine und weitere Kleintransporte. UNISIS Schweiz hat die Facility Management Aufgabe dem FM Team übergeben und ist sehr zufrieden über die Flexibilität und die Ausführung der Dienstleistungen. Wir machen auch periodische Kontrollen an Sicherheitsanlagen. Als lokal verankerte Bank sind wir daran interessiert, mit Firmen aus der Region zusammenzuarbeiten. Flexibilität, kurze Reaktionszeiten, all das bekommen wir mit dem FM Team. Das FM Team hat neuen Shuttlebus Service für ihre Gäste und ihre Team Event mit 6 Sitzplätzen bis und mit einem kleinen Gar mit 16 Sitzplätzen. Wenn ihr Interesse habt, dann nehmt Kontakt mit uns auf. Haube an auch! Ich materiale noch als Platz. Imite Kres.